Musik Wunderschönen guten Morgen, hier ist die Bühne von Potsdok 2017 am Samstag, jetzt der Haupttag, wo es richtig losgeht. Gestern Abend haben wir uns alle gefunden, uns kennengelernt, ein bisschen gegrillt und ein bisschen Prischow sozusagen gemacht. Aber jetzt sind auf der Bühne die drei Herren vom Sunday Morning Cast. Sie haben geschrieben, wir tun, was wir jeden Sonntag tun, aber mit Abwechslung mit echtem Publikum. Und eine andere Abwechslung ist, es ist nicht Sunday Morning, sondern Saturday Morning. Ich habe gerade mal gefragt, was sie denn eigentlich sind. Sie sind ein holistischer Backpodcast mit Self-Improvement und Lifestyle. Und was das ganz genau ist, das erklären jetzt Aristocats, Elspoto und Angbor. Viel Vergnügen dabei. Musik 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 Kratzt ein bisschen, ne? Hals. Auf dem Rohr. Oh, äh. Hallo, Sorschied! Ich kenne es heute nicht so gut. Achso. Einen wunderschönen Saturday Morning. Herzlich willkommen zu Folge 222 unseres holistischen Backcasts im Zeichen des Wasserdrachen. Denn, ähm, sind wir nicht alle Teilchen eines großen Grenzen. Um diese Frage zu erörtern, begrüße ich die süßesten aller Teilchen. Oh. Oh, da hängen wir die Nussecke Angbor. Hi. Und das Quarkbällchen. Grüße. Hi. Hi. Ja. Wir haben übrigens keine ausgelassene Sendung gescheut, um hier die 222 zu realisieren. Wir mussten so viele Pausen machen, das glaubt ihr gar nicht. Ja, und dann kommt Neymar und nimmt uns die Zahl weg. Ja, das mit dem Self-Improvement-Podcast kann ich kurz nochmal anteasern. Ich hatte vor einer Weile meinen Ersatz-Zivildienst darin geleistet, dass ich das Hashtag Follower-Power permanent eingeblendet habe und die dümmsten Fragen da beantworte. Und dann sagte einer, kennt nicht einer einen guten Podcast zum Thema Self-Improvement und Lifestyle? Er sagt, warte eine Woche. Ja, und kaum eine Woche später haben wir es dann zumindest im Intro angesprochen. Wir müssen jetzt fast immer im Intro drinstehen und ich habe den Typen auch auf uns verwiesen. Ich weiß aber nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Also entweder Selbstmord oder er ist wirklich... Könnte beides passen. Durchs gröbste durch, ne? Ja. Kann ja auch eine Verbesserung sein. Selbstmord? Nein. Ich meine schon. Also ganz ehrlich, mach das mal. Lente diesen Hashtag mal ein und dann urteile mal ganz vorurteilsfrei. Selbstmord für Sie getestet. Und hier sagte einer, ich habe da immer so einen Ausschlag und die Ärzte finden nichts. Er hat da eine Idee. Ja, also meine Heilpraktikerin sagte, du musst eine Sohn zusammennehmen. Ja, ist die denn Ärztin? Ja, nicht im konventionellen Sinne. Und dann stehst du vor deinem, dann sitzt du vor deiner Tastatur und denkst dir, hm. Ich glaube, ich muss. Ja, haben wir denn Themen? Ich nicht. Ja, flüchtig. Ja, zum Thema Self-Improvement haben wir natürlich direkt einen Einsteiger. Es gibt für wirklich alles eine Weißerschaft, habe ich festgestellt. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, demnächst wird Excel Olympisch. Auf jeden Fall. Weiß jemand, wie der diesjährige Weltmeister in Excel heißt? Don't be shy. Piula. Piula. Das ist John Dumont. Nein, Entschuldigung. John Dumont-Lin. 17 Jahre alt hat er die Weltmeisterschaft in Excel die Tage für sich bestritten. Microsoft veranstaltet das tatsächlich jedes Jahr. Und der Typ hat den Toppreis abbekommen. Er hat irgendwie 10.000 Dollar, einen schwarzen Gürtel in Excel und eine Xbox gab es obendrauf. Aber kein Microsoft Live für ein Jahr oder so. Wenn er klug ist nicht. Fairpoint, aber was muss man da machen, um da zu gewinnen? Also meiner persönlichen Meinung nach ist das ziemlich einfach, aber Lukas hat Excel Aufgaben gestellt. Ich glaube, 150.000 Bewerber gab es und unter den Top 150 konnte er sich dann durchsetzen. 17 Jahre alt. Nerd. Das ist dann wahrscheinlich, wie man ein Excel-Dokument mit so wenig Mausklicks wie möglich komplett abfuckt. So, hey, ich habe ein Bild eingepastelt. Ich bin in der Sache ja total parteiisch. Wenn ich Leuten was von Excel erzähle, da leide ich das immer mit den Worten ein. Also laut der katholischen Kirche ist mein Verhältnis zu Excel nicht mehr ganz vom Buch der Bücher gedeckt. Aber wenn es eine Frau wäre, ich würde es zum Weibe nehmen. Ich muss weg. Du bleibst. Wie ist das eigentlich bei so Word-Meisterschaften? Darf man die Klammer da benutzen? Also wenn jetzt die Aufgabe ist, schreibe einen Brief. Du hast schon lange kein Word mehr benutzt, oder? Ich glaube, als die dir das Hündchen weggenommen haben. Das war das Beste. Sind das dann eigentlich die Word-Championships? Bist du dann Word-Champion? Schlechte Wurkulze. We Excel at... Ich habe keine Leerzeile. Ich muss einfach... Ach, apropos. Hast du es gerade gesehen? Ich habe deine digitalen Spuren bis 2003 zurückverfolgen können. Das ist blöd, weil man das nicht sehen kann. Ja. Im Forum naturheilkunde.com gibt es den ersten Hinweis auf Deine Leerzeilen-Manie ist nervig. Sagt dir das was? Das hast du doch selber geschrieben, oder? Also ich würde ja mehr... Vom Forennamen her ist das mehr so dein Spielplatz. Und kann ich jetzt ein bisschen ausführen, wer uns nicht regelmäßig guckt. Dieser Etherpad-Terrorist neben mir neigt dazu, immer Leerzeilen anstellen, in das Themenpad zu machen, wo sie nicht hingehören. Doch, genau eine unter die Überschrift. Irgendwann während der Sendung artet es immer aus in Er macht eine, ich mache sie weg. Er macht eine, er macht sie weg. Und irgendwann kommt er ein Stocken, weil er sein Pepp die ganze Zeit hoch und runter rastert. Aber das muss so. Ich muss da gerade mal noch schnell was machen. Wusstest du wieder ASCII-Codes? Nö, nö. Okay. Also brauche ich für keiner mitmachen bei der Excel-Meisterschaft? Überlege da einen Ortsverband anzulegen. Von mir aus jetzt nicht unbedingt. Ja, nächstes Thema, das ich gefunden habe. Wir machen jetzt Podstock-Jabotty. Ja. Und ihr könnt nicht mitmachen. Ich wähle die Kategorie obskure Apps für 400. Und wir haben die App RunP. Wer kennt RunP? Don't be shy. Nicht alle auf einmal. Es gibt keine dummen Antworten. Also eigentlich ist RunP die App, die in der Liste steht, damit ich hinterher einen verzeihbaren Grund habe, die nächste App zu benennen. RunP ist total klasse. Solltet ihr euch alle installieren. Und zwar, das ist eine Film-Datenbank. Wenn ihr ins Kino geht und euer Handy nicht ausmacht, wie der Bildschirm euch das mitteilt, sobald das Logo der Firma auftaucht, die den Film macht, könnt ihr dann Start drücken. Und diese App wird euch mitteilen, in 42 Minuten beginnt eine langweilige Phase im Film. Da könnt ihr für sieben Minuten lang einfach rausgehen. Also das finde ich schon so. Self-Improvement-mäßig. Definitiv. Das Coole an der ganzen Geschichte ist halt, die können nicht wirklich auf Datenbanken zurückgreifen, die es schon gibt. Also es gibt ja irgendwo eine Datenbank auf der Welt, wo steht, total geil, dann kommt die Sex-Szene, dann schießen sie und danach kommt Character Development. Also da kannst du auch mal eine längere Pause machen. Das ist also alles crowd-based. Crowd-sourced. Crowd-sourced. Was den netten Nebeneffekt hat, an der einen oder anderen Stelle kommt auch so eine gewisse Meinung der Leute zum Tragen. Beispielsweise bei dem Blockbuster-Film Fifty Shades of Grey wird die App euch mitteilen, bis Minute 53 könnt ihr den Film gucken. Danach kommen keine Handlungen, keine Sex-Szenen mehr. Ihr könnt euch quasi den kompletten Rest der Zeit auf der Toilette verbringen. Ja, kannst ja dann twittern, ne? Ja. Also ab Minute 53 wird Fifty Shades zu Lord of the Rings. Ich komm nicht. Also es ist ganz, ganz dünnes Eis. Ja, aber Sex-Szenen. Aber ich hab recht. Stimmt. Aber es gibt Fan-Fiction. Also so Gimli und Legolas und so. Warst du wieder auf Tumblr? Vielleicht. Gibt's eigentlich Fifty Shades-Fan-Fiction? Also geht das noch? Ja, mit guten Charakteren und ohne Sex. Unser gut informiertes Publikum sagt gerade selbstverständlich. Gibt's das? Und was ist dein Favorit? Warst du heimlich auf Tumblr? Heimlich? Musst du ja mal ganz kurz Gender-Beitrag. Das ist praktisch mit diesen Headsets. Da muss man Flo nicht hören. Aber wir hätten diese Handkeulen. Also wir hätten Handmikrofone, wenn wir das Publikum einbeziehen wollten. Könnten wir das. Wollen wir das? Oh Gott. Das hat mich gestern schon total aus der Fassung gebracht, als ich plötzlich ein Mikro unter der Nase hatte und jemand wollte Dinge von mir wissen. Ja, passiert da so einem Podcast auch total selten, dass du mal ein Mikro unter der Nase hast, ne? Ja, wenn du am Lagerfeuer sitzt, auf dein Handy starrst und plötzlich haben die Geister auch zu dir gesprochen. Was? Was? Nein, ich hab's nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ja. Kannst du die Uhr größer machen? Die Uhr? Ja, kann ich. Sehr gut. Du hattest noch eine zweite App mitgebracht? Ja, ich wähle Apps für 600. Das ist die eigentliche Nachricht, die ich bringen wollte, aber die war so sleazy, dass ich die geschickt einleiten musste. Das ist jetzt eine Fangfrage. Ich akzeptiere, wenn ihr euch nicht meldet. Wer kennt denn die App I Am A Man? Das ehrt euch. Selbst wenn ihr kein Mann seid, ehrt euch das. Folgendes. Das ist eine ziemlich alte und lang traditionelle App, die den Periodenzyklus von Frauen nachhält. Warum heißt sie I Am A Man? Ja, hat ja eigentlich jetzt so generell nichts damit zu tun. Ja, so in erster Instanz jetzt nicht so gerade. Ich hab das tatsächlich meiner Freundin erzählt und die sagte dann, ja, das kann ja auch ganz wichtig sein. Man hat das ja auch nicht immer im Kopf und dann musst du mal zum Arzt und dann fragt er, wo sind sie denn gerade in der Periode? Sagst du, ja, weiß ich nicht, muss ich abwarten. Also völlig harmlos. Bis man ein bisschen weiter blättert. I Am A Man unterstützt, ich möchte mal Multibenutzer sagen. Man kann also mehrere zu trackende Frauen dort angeben. Die ersten entsetzten Gesichtern. Und wenn dann die Herzensdame, also die gerade am nächsten Stehende, fragt, was ist denn das, was machst du da? Dann kann man sie ganz beruhigend, man kann das Passwort eingeben und sagen, hier, guck mal, das ist nur, damit wir uns besser verstehen und manchmal bin ich so verwirrt, wenn du so reagierst und das hilft mir auch emotional. Und dann sagt sie, oh, das ist so süß. Was die Frau nicht weiß an der Stelle ist, das Ding unterstützt bis zu 15 verschiedene Frauen und jeder hat ihr eigenes Passwort. Und es wird halt dann geanloggt, was du gerade das entsprechende Passwort dazu. Also ist dann quasi der Name der entsprechenden Freundin dann eine gute Idee für das Passwort? Gute Idee wäre, ihr das Passwort nicht zu geben. Ja, das ist richtig. Aber Passwort ist heute mal generell nicht weitergegeben. Sie sollte es auch nicht zu genau hingucken, weil die grafische Benutzeroberfläche von dem Ding ist, Finger weg, Finger weg, Finger weg, Vorsicht, fruchtbar. Also wir sehen, das Ding ist ein Thema, das ich nicht ad hoc einfach reinschmeißen wollte. Wobei man sagen muss, also die App ist tatsächlich schon ein echter Langläufer. Der Artikel, den wir da gefunden haben, der ist nämlich von 2008 und das Ding gibt es immer noch. Und hat immer noch Top-Bewertungen, wenn ich das sagen darf. Also ich kenne das nur aus dem People-Magazin. Ich lese da nur die Artikel. Technology Review. Also ich persönlich glaube ja, das ist eine App für Mütter mit vielen Töchtern. Meine Theorie. Aber das Finger weg ist dabei dann schon ein bisschen... Also ich meine nur... Dann ist es halt für konservative Mütter mit vielen Töchtern. Ich habe es doch nicht geschrieben. So, nächstes Thema. Ach ja, der Dauner. Der Dauner. Ach warte mal, ich wollte noch zu der letzten App noch eine kleine Anekdote anbringen. Soll ich noch... Ich mach mal zurück. Wir haben ja auch so einen Bildungsauftrag. Also so einen selbstdeklaratorischen. Ich habe die Tage ein neues Wort gelernt und ich möchte euch daran teilhaben lassen. Das Wort lautet Predating Conversation. Die Geschichte ist die folgende. Da hat eine Frau ein Date aufs Auge gedrückt bekommen vom Freundeskreis und das nimmt man dann halt so mit einem Lachen, einem weinen Auge auch entgegen. Traf sich in der Bar dann mit dem Typen, mit dem sie verkuppelt werden sollte und stellt sich raus, dass der so Mitte 20 ist, so ein Pimp-Cane bei sich trug mit Edelstein obendrauf. Was zur Hölle ist ein Pimp-Cane? Ich zeig dir nachher mal Musikvideos, dann weißt du, was ich meine. Ich hatte jetzt gerade schon Angst, dass du sagst, hey, ich zeig dir nachher mal meinen. Du hast auch einen. Jedenfalls, sie beschrieb dann, sie twittert glücklicherweise, sie beschrieb das dann nach wenigen Minuten auf Twitter mit den Worten, I'm not sure he's a feminist. Ja, das Gespräch lief mir so, mhm, ja, ja, so spät schon. Sie wollte aber irgendwie so eine Anstandshalbe Stunde oder eine Stunde da sitzen bleiben, vor allem, weil er gesagt hat, ja, ich erwarte später noch Freunde, da kann man ja vielleicht so einfach übergeben und dann sich vom Acker machen. Die Freunde, die er erwartet hat, stellte sich raus als eine Freundin, die das Follow-Up-Date war, falls dieses hier nicht gut läuft. Entsprechend gut geplant, ne? Ja, ja, was er nicht so gut hinbekommen hat, ist die erste schon mal dann zu verkomplimentieren, bevor die zweite da ist. Also saßen die irgendwann zu dritt da am Tisch, er machte sich kurz vom Acker, musste irgendwie ans Telefon und die informierten sich gegenseitig, dass sie in der Vorrunde stehen. Haben dann beschlossen, dass der Typ zackt, stinkt und nach Lolo riecht und haben sich an den Nebentisch gesetzt, so, wir können es ja gegenseitig anfreunden. Hatten etwa 30 Minuten Zeit, als die dritte Frau auftauchte. Ich hab so das Gefühl, die wollen nicht einen Recall, oder? Das Ganze wird jetzt ein bisschen repetitiv, bis zur sechsten Frau. Und dann, wo ist der Typ, der hat dann irgendwann mitbekommen, dass er auf Twitter Trending Topic wird und ließ es sich nicht nehmen, da seine Meinung auch nochmal in die Diskussion zu ergießen und sinngemäß sagte er dann, die Leute sollen sich doch bitte nicht so anstellen, er sei Projektmanager, das bringt einfach mit sich, dass man da so einen Effizienzgedanken mit reinbringt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn der Typ Projektmanager ist, dann ist er ein schlechter, weil also Zeitmanagement hat er überhaupt nicht drauf. Darauf hat er auch reagiert, die sollen sich mal nicht so haben, das seien ja schließlich keine Dates gewesen, das wären Pre-Date-Conversations gewesen, also das Aussieben vor dem eigentlichen vollen Erleben seines Charakters. Mhm. Projektmanagement Pimpcane. Stab der Macht. Talkingstick haben wir das früher immer genannt. Talkingstick. Ja. Der Clou war, du saßt in einer Reihe und damit nicht alle durcheinander quatschen, hat einer immer einen Stock in der Hand, also hier das Mikro quasi. Ah, da hat er der Ausspruch. Er hat den Stock des Sprechens geworfen. Wo kommst du her? Das erkläre ich dann in knapp einer halben Stunde. Der Clou damals war halt so, der Talkingstick wird dann abgegeben an den Nächsten und der darf sprechen, darf aber nicht unterbrochen werden. Das funktioniert in einer Gruppe, die prinzipiell schon kein Problem hätte, so zu agieren, ganz gut. Es funktioniert nicht, wenn du wirklich was sagen willst und irgendwann so, gib mir den Stock, ich will diesen Stock haben. Und dann brachen die ersten Schlägereien aus. Ja, so entsteht Demokratie. Dann hast du nämlich fünf, die ziehen auf der einen Seite, zwei, die ziehen auf der anderen und dann ist eigentlich schon alles geklärt. Ja. Noch gut Zeit. Wir machen die Pre-Show hinterher. Ich muss dann zum nächsten Ding danach. Ich meine nur. Wofür bezahlt man eigentlich Steuern? Es trug sich zu, beziehungsweise trägt sich zu, dass es ja demnächst eine Sonnenfinsternis gibt, oder war die schon? 21. August. Das heißt, kommt noch. Kommt noch. Jetzt gab es eine Anfrage von einer Mutter, ob man das Ganze nicht verschieben könnte, weil die Kinder sind zu der Zeit gerade in der Schule und es wäre eher cool, wie die das sehen könnten. Ja. Weiß ich nur auch nicht, ne? Ja, das ist ja auch schlecht. Also die Feier ist von der Stadt ausgerichtet und da zahlt man schließlich seine Steuern. Die müssen dann halt auch ein bisschen mal, also wofür zahlt man seine Steuern denn eigentlich jetzt? Ja, ne? Ich meine, wenn man nicht so eine Sonnenfinstere das mal einfach vertagen könnte. Ja, dann sollen sie sich nur anstellen. Trump ist Präsident, also hier, hüpf, hüpf, hüpf. Ich habe da ja auch noch so eine Vermutung, aus welchem Lager die gute Frau kommt. Meine Vermutung ist, dass sie im Schulrat sitzt. Dann aber nicht mit ausreichend Einfluss. In Texas nehme ich an. Warte mal, wo kommt die da her? AP. Genau. Also im Zweifelsfall aus AP. Ja, wer sich wundert, wir machen uns in der Regel sehr ausgiebige Link-Test-Wide vorher und wenn man dann dran ist und, oh, das ist eine gute Überleitung, ich bringe mal eben kurz mal ein Thema. Also ein Mann aus, fuck die fuck, wo kam der jetzt eigentlich wieder her? Es würde halt helfen, wenn man die Artikel vorher liest. Und in den Artikeln steht ja häufig dann am Anfang AP, es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich verstanden habe, dass das kein Bundesstaat ist, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, sondern Associated Press, also quasi deren Reuters. Ich wollte gerade sagen, du musst jetzt ganz stark sein, das heißt Associated Press. Ja. Also eine Nachrichtenagentur. Und seitdem immer, wenn wir nicht wissen, wo jemand herkommt, AP, oder? Ja, ja. AP. 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 Ich weiß was immer. Nerd. Richtig. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wofür bezahlt man eigentlich keine Steuern? Genau, also gerade haben wir gefragt, wofür zahle ich eigentlich meine Steuern? Jetzt ist die Frage, wofür zahle ich eigentlich keine Steuern? Im Duett? Im Kanon? Ich fange an, du sprichst mir nach. Also die Geschichte, wir hatten in der letzten Folge eine schöne Geschichte, das war in New York City. Die haben da kein Problem damit, öffentliche Infrastruktur einfach gewinnbringend zu verkaufen. Und im Zuge dessen hat eine Frau für 30.000 Dollar etwas gekauft, das nannte sich Awakened Lot. Also sie dachte halt, das ist einfach so ein Grundstück. So ein Swashit. Also nix. Kein Internet. Landschaft. Landschaft. Regen vielleicht, man weiß es nicht. Dieses Awakened Lot stellte sich dann bei näherer Betrachtung nach dem Kauf raus als etwa 100 Meter lange Straße. Die ihr jetzt gehört und die sie im Grunde bewirtschaften kann, wonach ihr gerade gelüstet. Das Problem dabei war halt, eigentlich hätte die Stadt das gar nicht verkaufen dürfen. Doch, doch. Das durfte sie. Ach, das durfte sie? Sie hätte es vielleicht nicht unbedingt nur für 30.000 verkaufen wollen, aber sie durfte es verkaufen. Ja, stellt es sich dann raus, die Stadt will es zurückkaufen? Ja, da ist die Stadt ganz kulant. Kein Problem, das können wir direkt rückgängig machen. Sie sind ja auch quasi getäuscht worden. Sie wollten ja nichts bekommen. Stattdessen haben sie was bekommen. Das ist ja kein Zustand. Das muss man ja erstmal wegmachen, bevor man da bemerkt. Außerdem, Trump ist jetzt Präsident, da gehen wir kurze Wege. Die junge Frau hat sich zum Glück dann nicht irgendwie verarschen lassen, sondern guckte dann auf ihren Steuerbescheid, wo das Grundstück nämlich mit Wert angegeben war und stellte fest, dass das, ich glaube, um den Faktor 500, 1,5 Millionen oder so war das Wert, ne? Um den Faktor 50 teurer angesessen war, als sie dafür gezahlt hat. Und dann dachte sie sich, hm, 30.000, anderthalb Millionen, 30.000, anderthalb Millionen. Kann man mal machen. Ich hätte lieber, ich behalte das lieber, ich gucke mal, dass ich das privat verkaufe. Und dann starte dann so, ja, wir würden es gerne wieder haben. Ja, dann zahlt anderthalb Millionen. Ja, das können wir dem Steuerzahler nicht verkaufen. Also, nee, das ist, so können wir das Geld nicht verwenden. Also, das müssen sie einsehen. Sie sagen, ja, gut, dann behalte ich es halt. Nee, das können sie nicht. Und nun stellt sich raus, es scheint tatsächlich in den USA so ein bisschen Trends, es einen Straßen zu kaufen. Ja. Und zwar in San Francisco hatten Pärchen eine Straße gekauft, die war ein bisschen teurer, die war jetzt halt bei 90.000. Ist auch größer, knapp 100 Meter. Ja, das ist schon ordentlich. Das Ding war, ja, die Straße stand deswegen zum Verkauf, weil der eigentliche Eigentümer dafür keine Steuern entrichtet hat, was im Großen und Ganzen eigentlich 14 Dollar im Jahr gewesen wären. Die haben 14 Jahre lang ihre Steuern von 14 Dollar jährlich nicht, äh, 30 Jahre entschuldigung. 30 Jahre haben sie ihre Steuern nicht bezahlt und deswegen wurde die Straße verkauft. Jetzt ist es bei Straßen ja meistens so, da sind noch Dinge dran. Ja, Awakened Lot, also so hat man sich das ungefähr vorzustellen, äh, wenn nix zu verkaufen, wenn nix verkauft wird. Also sagen wir mal, ist jetzt nicht unbedingt ein Ghetto, ist jetzt, ähm, halt schon, ähm, ein netteres Viertel, ne? Könnte ich mir vorstellen. Also im Großen und Ganzen sind da halt, ähm, 38 Villen an diese Straße und die machen da jetzt Parkraumbewirtschaftung? Durchschnittswert war, Durchschnittswert war irgendwie 1,2 Millionen pro Gebäude und, ähm, ja, die haben jetzt diese Straße gekauft und haben erstmal noch nichts damit gemacht, haben aber laut überlegt, ob man da jetzt nicht anfangen könnte, vielleicht, weiß nicht, die Parkplätze gebührenpflichtig zu machen oder sowas. Oder halt, äh, so Zoll oder, ne, Quattrohers, ähm, Maut. Maut, ja, Mautgebäude. Ähm, jetzt gibt's... Fair Service. Da unten, da kommt dann irgendwie der Teich hin und die Fähre. Mhm. Ähm, jetzt gibt's, ähm, zu dem Viertel noch, ähm, so ein bisschen, ja, einen kleinen Funfact, nämlich bis, äh, 1948, äh, durften in diesem Viertel, äh, nicht weiße Amerikaner keine Grundstücke kaufen. Mhm. Wir haben da mal ein Bild von den neuen Besitzern. Ja. Die Verhandlungen laufen schleppend, so viel kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, unschlag, also die haben jetzt eben gesagt, wenn wir so 20, äh, Dollar pro Parkplatz, und das sind zwar nur 38 Anmieter, aber, äh, es sind 120 Stellplätze, die haben natürlich nicht nur ein Auto wie, äh, Peasants, äh, wenn die jetzt einfach sagen, wir nehmen pro Monat 20 Dollar pro Parkplatz, nehmen wir das. Ja, die 90.000, die rentieren sich, glaube ich, relativ schnell. Ja. Die Mietergemeinschaft, äh, vor Ort, äh, klagt übrigens aktuell gegen die Stadt. Es könnte ja wohl nicht sein, dass nur, weil man 30 Jahre seine Steuer nicht bezahlt hat, plötzlich, Anarchie ausbricht. Ja, kann ja nicht sein, ne? Ja, die Stadt sagt, wir haben euch aber regelmäßig Bescheid gesagt, und die sagen, ja, wer liest denn das? Die E-Mail-Adresse haben wir nicht. Ja, aber die haben es doch angegeben. Ja. Details. Sind wir noch nicht schuld. Könnte ja jeder kommen. Oh, das gute Laune-Thema. Ja. Ähm, wir neigen manchmal zu einem etwas techniklastigeren, äh, Segment. Häufig daran zu erkennen, dass das Komfortrauschen verschwindet, weil, äh, Was? Was? Oh, er hat Technik gehört. Er hat schon ausgeblendet. Ja. Also, wenn wir sagen so, das Wi-Fi-Signal, die Gerechtigkeit des Wi-Fi-Signals oder besondere Berücksichtigung der, äh, Gerechtigkeit des höheren Netzwerkprotokolls, dann hat er schon längst in den Chat geschrieben und, äh, fraternisiert mit dem Hörer, äh, gegen das aktuell stattfindende Gespräch. In das Segment passt auch das, äh, folgende Thema. Äh, WLAN, Wi-Fi, da haben wir doch bestimmt ein paar Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, und wenn man das in letzter Zeit verfolgt hat, dann möchte man beruflich lieber was mit Holz oder Blumen machen. Ähm, ja, so ein Wi-Fi-Signal ist halt im Wesentlichen nichts anderes als ein Sender und ein Empfänger. Und dann haben sich schon vor einer ganzen Weile Wissenschaftler gedacht, wir haben Sender, wir haben Empfänger, im Wesentlichen haben wir doch ein U-Boot-Radar. und haben geguckt, was kann man denn aus dem Signal rauslesen, das man raussendet. So neben den Daten, die die NSA eh schon abgreift. Ja. Also, wenn ihr irgendwie so ein Smart-Device zu Hause habt, das immer so aussieht, als würde es euch angucken, ähm, ja, das weiß halt, wo ihr im Raum steht. Also, ich hab einen Tipp, wenn es so aussieht, dann, ähm, macht euch Gedanken. Ja, aber macht sie euch draußen, während ihr weglauft. Ähm, dann gibt's dann mehrere technische Möglichkeiten, die gucken dann mit verschiedenen, ähm, Mikrofonen, wo die Geräusche herkommen, zeitig versetzt, oder sie gucken aufs Wi-Fi-Signal. Ähm, was mittlerweile schon längst Stand der Technik ist, äh, dass man gucken kann, wo im Raum befinden sich wie viele Personen, wo im Nebenraum befinden sich wie viele Personen, anhand der, äh, Störungen vom Signal, die dann wieder zurückgefangen werden. Und in der neuesten Iteration, und wir danken für diesen technologischen Albtraum, in diesem Fall dem MIT, ähm, haben sie das Ding so fein granular aufgelöst, dass sie mit dem Wi-Fi-Signal rausfinden, wie eure Atmung gerade ist, und, äh, wie ihr euch tatsächlich bewegt. Mit anderen Worten, die finden raus, wann ihr eure Schlafphasen habt. Wer träumt wann, genau? Bum, 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 bum. Das ist aber, nochmal. Es ist aber rein wissenschaftlich, das ist nicht creepy in irgendeiner Atemphase. Nein. Nichtsdestotrotz ist die, äh, Genauigkeit liegt bei 80% die Schlafphasen zu identifizieren, damit liegen sie gleich auf mit aktuellen Schlaflaboren. Ja, und das mit Hardware, die du ja eigentlich schon zu Hause hast. Ja. Das kann ich übrigens bestätigen. Ich war mal in einem Schlaflabor und am nächsten Tag gingen sie mit mir dann diese ganzen Erregungskurven durch. Äh, und irgendwann so um 2 Uhr brachen alle meine Signale ab. Da warst du auf dem Klo? Und haben eine halbe Stunde später wieder eingesetzt. Sie bat mich, mir da bitte keine Sorgen zu machen, da sei irgendwie ein Stecker aus der Wand gefallen. Auf die ein oder andere Weise sei ich aber ein interessanter Fall für die Forschung. Da hab ich mir dann doch so angekommen. Ja, interessant, ne, es ist halt schon so. Normalerweise sagen die auch, sie bleiben zwei oder vielleicht drei Nächte da, die haben mich nach der ersten weggeschickt. Der Zweikatz, sie ist ein Schlafstöpsler. Schlafstöpsler. Ja. Die fanden mich übrigens super. Äh, man wird ja dann von so einer... Ne, ne, interessant. Nein, super. Tatsächlich super. Man wird ja dann von so einer studentischen Hilfskraft, äh, mit ganz vielen Elektroden versehen. Und, äh, keine Haare. Der hat keine Haare, das ist ja super. Komm hier, da. Dürfen wir ihn den Bart abnehmen? Ne, ungern. Ich wollte jetzt grad noch einen Witz übers Rasieren machen, aber den hast du jetzt vorweggenommen. Und dann liegt man da in diesem Bett, es ist dunkel. Man ist, man weiß, es sind Anlagen irgendwo und, äh, ich wusste zu dem Zeitpunkt, es ist auch eine Infrarotkamera auf mich gerichtet. Und dann sitzt ihr und das Kopfkino fängt an. Es juckt am Oberschenkel, aber wenn ich mich da jetzt kratze, wer weiß, was die denken. Und die sagten auch, wenn sie nicht schlafen können, also so bis Mitternacht etwa, können sie uns noch Bescheid sagen, dann können wir ihnen so leichte Schlafmittel geben. Was soll ich sagen? Ich konnte nicht schlafen. Aber sie so, ach, versuchst du es nochmal? Ne, drehen darfst du dich ja auch nicht. Ach, das ist doch alles. Und irgendwann räusperte ich mich leise in den Raum. Und sofort eine Stimme, ja bitte? Das sind ja studentische Hilfskräfte, die da nachts arbeiten, während keiner da ist, der wirklich zur Einrichtung gehört. Die sitzen ja wirklich nur da und starren auf dem Monitor und gucken, dass ein Kabel nicht aus der Wand fällt. Die verkabelte mich auch irgendwie schon mit Schlafanzug und Pantoffeln an. Du oder? Sie. Ah. Und wenn die dann so direkt reagiert, ich hatte immer dieses Bild vor Augen, da sitzen die irgendwie so wie bei Friends in drei Reihen mit Chips und Popcorn irgendwie so. Guck mal, gleich kratzt das sich. Gleich kratzt das sich. Okay, fünf Euro, dass es sich nicht kratzt. Deswegen konnte ich nicht einschlafen. Mein Kopf ist ein seltsamer Ort. Ja. Ja. Äh, genau. Ich hab einen Artikel gefunden, ähm, er drehte sich um folgendes. Ähm, in China, ich weiß jetzt nicht mehr, wahrscheinlich China AP, oder? Äh, Provinz AP, ja. Provinz AP. Ähm, gibt's eine sogenannte Granny Gang. Ähm, und was die machen ist halt, äh, sie treiben Schulden ein, äh, indem sie, ähm, Leute, die Schulden haben, ähm, terrorisieren förmlich. Äh, irgendwie ist mir dann aufgefallen, verdammt, das erinnert dich an irgendwas. Ja, also, ähm, wir haben diese Woche gelernt, ähm, China kopiert jetzt auch Monty Python. Hm. Nö? Ist der Artikel noch irgendwo offen? Gibt's da noch? Äh, hab ich. Sinnvolle Dinge dazu, mehr zu erwähnen? Das glaub ich nicht. Ja, also, ähm, die sind... Ich hab's eigentlich bloß reingenommen, wegen dem Monty Python-Gate. Die sind in China tatsächlich recht, äh, fortschrittlich, was das Eintreiben von Schulden angeht. Ich verweise auch wieder auf unsere letzte Sendung. Äh, da stellt sich mich raus, es gibt eine Provinz, äh, wenn ich dort zum Hörer greife und rufe jemanden an, von dem der chinesische Staat weiß, dieser Mensch, den ich anrufe, der hat Schulden. Dann passiert Folgendes. Ich werde nicht mit der Person verbunden, sondern ich werde auf eine Ansage umgeleitet, die mir mitteilt, Achtung, Vorsicht, Warnung, die Person, die sie gerade angreifen, äh, nicht angreifen, anrufen wollen, äh, schuldet dem Staat China noch Geld. Bitte weisen Sie sie zu Beginn des Gesprächs darauf hin. Und es steht tatsächlich unter Strafe, die Person dann nicht darauf hinzuweisen. Hey, übrigens, du hast Schulden, äh, worüber ich aber eigentlich reden wollte, dieses Kuchenrezept. Ja, ich finde das viel schlimmer so, du, da hat mir gerade einer gesagt, ich soll dich darauf hinweisen. Ist das nicht albern? Klack, Verbindung unterbrochen. Zweite Ansage, dies ist ihre letzte Warnung. Sie schulden dem Staat China jetzt 50 Yuan. Wegen des Moralen, wer will ich das, äh, Tatuts. Tatuts. Das mit dem Internet. Das mit dem Internet? Ja, das mit dem Internet. Du meinst, das mit dem Podcast? Nee, das kommt zum Schluss. Wobei ich, glaube ich, ja, wir haben noch sieben Minuten. Das mit dem Internet. Ach, jetzt weiß ich natürlich genau, was du machst. Ach so, ja, alles klar. Ein leider immer wiederkehrendes Thema in unserem Podcast im letzten Jahr ist die Trump-Administration. Nein. Ja. Wie gesagt, wir versuchen eigentlich immer mit einem positiven Thema rauszukommen, merken aber, dass wir selber schon während der Sendung einfach unseren Stoff brauchen und das, was wir am Schluss übrig haben, ist meistens so der Grund, warum uns danach nicht nochmal einer einschaltet. Das sind die Downer-Themen. Das ist eins davon. Aber ich kann spoilern, ich habe noch ein positives Thema am Schluss. Gib her. Gib's mir. Noch nicht, noch nicht. Gleich. Also wer das Glück hat, die aktuelle politische Tagespolitik da in den USA nicht so sehr verfolgen, für den bringe ich nochmal eben einen aktuellen Stand. Die besetzen gerade alle regulatorischen Behörden mit Leuten, die auf Linie laufen. also die Umweltbehörde wird dann jetzt irgendwie von so einem Ölmagnaten besetzt. So quasi das, was jede gute Diktatur macht. Und in dem Fall die FCC, das ist die Einrichtung, die vor zwei Jahren durchgeboxt hat, dass es in Amerika die Netzneutralität gibt, dass keiner, kein Netzanbieter, kein Infrastrukturanbieter die Kunden oder seine Kunden benachteiligen darf, ist mittlerweile besetzt worden von einem Typen, den diese Agentur früher öfter verklagt hat. Also die haben da den Bock zum Gärtner gemacht und die restlichen Gärtner rausgeschmissen. Die FCC... Und dafür aber den Garten privatisiert. Ja, darum geht es ja gerade hier. Die FCC ist also so eine Regulierungsbehörde für die kritische Infrastruktur der Telekommunikation in den USA und bisher war die eigentlich immer recht bürgernah. Die FCC lässt jetzt Folgendes ausrichten. Laut Gesetz sollen sie eigentlich dafür sorgen, dass genau wie bei uns in Deutschland der Netzausbau fortschreitet. Funktioniert bei uns auch super, oder? Genau, wie in Deutschland. Und die hat tatsächlich auch so einen Handelsauftrag. Wenn es stockt, dann hat es die Möglichkeit, einen Preisgelder... Quatsch. Strafgelder zu verhängen. Jetzt haben wir folgendes Problem. Es schreitet nicht voran. Der Leiter von der FCC hat aber auch überhaupt kein Interesse daran, dass die da jetzt regulatorisch eintritt. Eintritt. Und... Eingreift. Eingreift. Und lässt zu Protokoll geben, eigentlich brauchen die Leute kein festes Internet. Weil... So, die Wissenschaft hat festgestellt, dass das Verbuddeln von Kabeln total teuer ist. Oh hey. Ja, nobody knew that this is so complicated. Ja. Und stattdessen stellen sie fest, ich dachte mal, wir haben doch Internet aufs Smartphone. Über diese Luft. Ja. Kann man das nicht auch anders nutzen? Also, was sie dann gemacht haben, die Anforderung, was ist denn schnelles Internet, wurde einfach mal gesenkt. So. Auf Smartphone-Level. Und ich weiß nicht, ob ihr in den USA euch schon mal einen Mobilfunktarif klicken musstet. Da wird man nicht glücklich, was die Kosten angeht. Wir haben halt immer dieses Prinzip, wenn in einem Bundesstaat oder in einem County ein Anbieter schon präsent ist, dann hackt die Krähe der anderen kein Auge aus. Dann kommt kein anderer rein und macht Konkurrenz, weil das treibt die Preise nach unten. Stattdessen geben wir uns einfach gegenseitig noch einen Sack. Ja. Also, die FCC teilt uns gerade mit. Ähm. Alles ist doppelt super plus gut. Und, äh. Euer Internet ist schnell genug. Und nervt uns nicht. Wir haben hier zu tun. Ja. Bin ich selber gespannt. Gute Nachricht zum Schluss. Die gute Nachricht am Schluss. Jesus liebt euch. Nein. Nein, nein. Die andere gute Nachricht. Die andere gute Nachricht. Äh, ja. Äh, wir sind sehr froh und dankbar, dass wir den ersten Spot an diesem Tag haben. Ja. Und den ersten Spotto. Den ersten seiner Art. Wir sind jetzt aus dem Technikthema übrigens raus. Gleicher oder gleicher. Du kannst wieder mitmachen. Genau. Ähm, weil wir vermuten, dass das vielleicht auch in einer Podcast heute nochmal Thema sein wird. We did it first. Kennt jemand die, äh, Patentverwaltungskonzern Personal Audio noch? Die sind vor ein paar Jahren mal relativ prominent durch die Podcast-Szene marschiert. Äh, das ist einer von diesen Patent-Trollen. Und der hat 2013, glaube ich, äh, angefangen, Podcaster abzumahnen. Mit dem Hinweis, Anno Tuck begab es sich, dass jemand ein Patent auf das, äh, Ausliefern von Audio-Dateien, äh, bekommen hat. Wir haben dieses Patent gekauft und wir möchten von euch jetzt Geld haben. Äh, dieses Patent-Troll-Prinzip funktioniert immer nach dem selben Schema. Ähm, die wollen so wenig Geld von euch, 50.000 im Jahr oder so, dass es in den USA immer teurer ist, den Klageweg dagegen zu gehen. Ja, und damit wird dann halt quasi Geld erpressen. It sucks, but, äh, it beats. Ähm. Don't hate the player, hate the game. Jetzt muss man dazu sagen, äh, ihr könnt euch alle mal gegenseitig oder dem Nachbarn auf die Schulter klopfen, aber der Podcaster an sich, äh, hat jetzt ein eher mitteilsames Wesen und die sahen das nicht ein, einfach stillschweigend zu zahlen, sondern haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, eine halbe Million zusammengetragen und wollten eine negative Feststellungsklage, äh, weil der andere hat natürlich gesagt, was, 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 der hat genug Geld für den Klageweg, äh, wir ziehen unsere Rechnung zurück und die andere dann nicht so schnell. Jetzt bleibt es wieder zurückgeholt und, äh, haben jetzt, äh, mit Datum von Montag, glaube ich, äh, höchstrichterlich festgestellt, äh, das Patent wurde ungültig erklärt. Es gibt kein Patent mehr und kein, äh, behauptet, der hat einen Patent auf Podcast. Wenn die damals damit durchgekommen wären, ich verspreche es euch hoch und heilig, ihr hättet jetzt schon die Abmahnung im Briefkasten, wir nicht, wir haben keine Hörer, aber, äh, Aber so für die anderen. Unsere Hörer haben Podcasts, so kann man das, glaube ich, formulieren. Von daher, ja, tatsächlich. Und es bleibt weiter ein Podcast, äh, weil, ja. Sonst hätten wir es umbenennen müssen. Bis Apple kommt zumindest. Mei. Podcast ist ein klarer Hinweis auf den iPod, das können wir so nicht hinnehmen. Da gibt's ja verschiedene Meinungen dazu. Beziehungsweise zeigen sie uns mal ihr Apple-Gerät, dann können wir von der Klage absehen. Hm. Also wir haben im Podcast ausreichend Apple-Geräte, das läuft. Ja, und damit, würde ich sagen. Genau, sind noch Fragen? Ja. Nein? Gibt's Zuschauer-Fragen? Könnt ihr immer sofort machen. Lass mich die Frage in 15 Sekunden beantworten, eine Punktlandung hinlegen. Ja, dann danken wir für die Aufmerksamkeit. Hat gefreut. Viel Spaß noch. Das ist doch wichtig. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017